Der Song kommt ziemlich lustig daher so, aber tatsächlich hat einen ziemlich ernsten Hintergrund. Meine Bestfreundin Lulia hat einen neuen Freund gehabt, als das Lied geschrieben wurde. Und ja, wie soll ich das sagen? Ich bin sehr besitzergreifend. Und ich hatte echt Angst, dass ich wie so eine heiße Kartoffel gedroppt werde. Und das hat mir sehr große Angst gemacht. Und aus dieser Angst heraus habe ich eigentlich diesen Song geschrieben mit dem Wunschgedanken, sie würde das zu mir sagen. Amelie, ich würde dich für niemanden in der Welt stehen lassen. So. Hiller natürlich. Hat sie so nicht gesagt. Aber ähnlich. Wir haben offen gesprochen und sie hat meine Ängste verstanden und es war auch total wichtig, darüber offen zu sprechen. Und es ist alles gut ausgegangen. Ich bin keine heiße Kartoffel geworden. Aber ja, eigentlich geht es um Ängste. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020